Das ich dann fast immer noch anstrengender fand, ist wie zum Beispiel in der Spa der Trackday, wo es komplett nass war. Weil dann geht es halt noch auf den Kopf, weil ich halt noch viel mehr... Soll ich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengen? Soll ich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020